Götz Lohen 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 er okay ja jetzt die FBS wieder am Arsch jetzt ist sie wieder so und jetzt ist sie auf 50 Uhr Götz das heißt beim nächsten Mal speichere ich einfach einmal dann ist die FBS wieder super egal gut was kann man hier machen da haben wir das Spiel fest durch das klingt nicht sehr hygienisch oh ja ja diesen Raum kenne ich noch diesen Raum kenne ich noch zu gut von next place äh so der nächste die nächste äh wir müssen im Prinzip nur nach oben kommen im Prinzip ist daher das Ausschalten der kleinen fiesen Dröhnchen hier nur ein Bonus praktisch etwas das man eigentlich gar nicht machen muss so da ist auch noch einer drin so also das ist gar nicht so schwer wie es aussieht echt und dann ist und dann ist so und da oben ist auch noch einer okay so das war's das Problem ist jetzt wir müssen unser Portal da oben drauf platzieren hätte jetzt wahrscheinlich überhaupt niemand von euch erwartet äh das Problem dabei ist dass ich einfach runtergesprungen bin obwohl ich oben hätte bleiben können ähm ja ne Quatsch hätte ich gar nicht ja egal so ich würde mal sagen das klappt nie im Leben was sage ich ich hab doch gesagt das klappt nie im Leben es klappt nur im Tod oder nein um das ist wohl nicht der Sinn und Zweck dieser ganzen Übungen denke ich mal ne das geht jetzt nicht gerade schnell genug ich muss beim ersten Versuch schaffen sonst bin ich gearscht äh ich kann es sogar von so weit unten schon da egal ich kann auch einfach so machen das bringt mir aber auch nichts ich brauch den Anlauf ich kann aber ja Intelligenz Bestie Mania Chris Intelligenz Bestie mal wieder ich kann es mir aber einfach ganz einfach machen und da einfach bla 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 platzieren so und jetzt jetzt hoffen dass es geklappt hat und es hat natürlich nicht geklappt warum sollte denn auch ein Portal treffen was ich genau richtig positionieren naja regen werden es nicht drüber auf wir haben ja noch ein paar Versuche um genau zu sein unendlich oder besser gesagt bis mein Speicherplatz wieder voll ist aber das zählt nicht so wir laden denn ich habe keinen Bock das ganze wieder zu machen da geht das laden schneller auf jeden Fall total es geht sehr viel schneller warum bin ich hier ah weil ich da gespeichert habe das ergibt Sinn und warum ist da gerade ich verstehe es nicht ich habe das blaue Portal gefeuert und aus ihm ist ein Orangenes geworden das ergibt sehr viel Sinn 1a Cent und so das hat genauso wenig geklappt weiß der Himmel warum eigentlich müsste ich schon mindestens zweimal getroffen haben aber okay sag mal kann ich es mir nicht auch irgendwie ganz einfach machen nein das klappt natürlich nicht es müsste aber klappen warum klappt es nicht das ist im Prinzip überhaupt nichts anderes als das was ich vorher mir vereinfacht habe gut vielleicht doch vielleicht auch nicht naja ich will nicht sterben noch nicht so früh bitte ist noch zu früh das klappt in der Tat nicht aber ich kann hier oben ruhig speichern ich kann ja das nicht machen aber ich kann das machen ja das klappt auch das klappt auch das ist auch klappend weiße so eine Klappe und ach egal das war jetzt sehr intelligent dann ist er noch mein Orangen ist ja sehr schön das passt sehr gut warum spielt ihr immer was da kann doch jetzt nicht sein wir haben schon wieder vergessen zu offline stellen oder besser gesagt abwesend oder beschäftigt oder was weiß ich ins Team toll muss hier jeden zentieren ja Stadtvuchs wenn du dieses Video guckst ich habe deinen Namen nicht zentiert wirst du mich dafür jetzt umbringen ich hoffe nicht was ist das denn ich sag euch was das ist das sind die unendlichen Weiten von Aperture Science ähm naja das ist auf jeden Fall der Anfang vom Ende und und so war funktionieren du hast kein Herz ha nein es nein es ist ja die Karte warum spricht es nicht ja natürlich dann werde ich glaube ich es nicht anfassen soll meiner Porto Garn in der Luft schämen lassen endlich ergibt es auch Sinn dass das Ding in der Luft schwebt ich bin ich bin ich bin ja ja um wenn ihr ein Let's Play vom deutschen Portal haben wollt ein deutsches Let's Play dann schaut euch das als Play von Deathmix an mein Lieblingslet Player aber das klappt nicht ähm ja ich denke ich werde das Ding einfach mal in der Intelligenz Dingens Fakility Dingen zerstören lassen das ist denke ich eine sehr gute Idee das war jetzt auch sehr toll ich wollte warten bis sie fertig gesprochen hat damit sie nicht irgendwie ihren Satz durch einen neuen unterbricht hat nicht so toll geklappt das glaube ich weniger dass du das tun wirst du bist doch so eine Liebe du hast doch angeblich ein Herz was sage ich sie hat es unterbrochen genau